Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Portfolio Podcast, dem Podcast für kreative UnternehmerInnen, die sich mit ihrem Portfolio in der Kreativbranche sowohl wirtschaftlich als auch kreativ nachhaltig positionieren wollen. Bist du das? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Die heutige Podcast-Folge wird kurz und knackig, denn ich hatte diese Woche Dienstag einen größeren Termin bei meiner Zahnärztin und dadurch fehlte ein ganzer Tag Zeit in meiner Wochenplanung. Und deshalb spreche ich heute über das Thema Zeit. Beim Blick in meinen Kalender war ganz schnell klar, dass mein üblicher Podcast-Workflow so nicht funktioniert und ich irgendwie darauf reagieren muss. Und das ist ja vielleicht eine Situation, die du auch kennst. Ich bin mir sehr sicher, dass das eine Situation ist, die viele Kreative aus ihrem Berufsalltag gut kennen. Irgendwie passiert etwas und du hast auf einmal nicht mehr so viel Zeit für deine Aufträge und deine Projekte, wie du eigentlich gern hättest. Wie löst du denn solche Zeitthemen normalerweise für dich? Die Gedanken und Lösungsansätze, die ich diese Woche mit meinem Zahnarztproblem hatte, kenne ich auch ziemlich gut aus meinen eigenen Auftragssituationen. Und deshalb möchte ich heute mit dir meine Lösung dafür und eine damit einfach umsetzbare Strategie teilen, mit der du mehr Zeit hast. Zum Beispiel für deine Herzensprojekte oder eben auch einfach mehr Aufträge oder eben auch den zwar nicht schönen, aber irgendwie auch wichtigen Termin bei der Zahnärztin. Also lass uns mal loslegen mit der Frage, wie geht man damit um, wenn nicht genug Zeit da ist? Ich saß da also vor meinem Zeitplan und überlegte. Der erste Lösungsvorschlag für mein Zeitproblem, der in meinem Kopf aufploppte, war über Pfingsten einfach mal durchzupowern, die Zähne zusammenzubeißen und übers Wochenende zu arbeiten, um ein Interview, das gerade in der Podcast-Warteschlange steht, einfach früher fertig zu machen. Das wäre ziemlich stressig geworden. Hier hat also mein inneres Arbeitstier gesprochen und vorgeschlagen, einfach mal über meine eigenen Grenzen zu gehen. Und das ist eine ziemliche Standardlösung, die mein inneres Arbeitstier mir zugegebenermaßen ziemlich oft vorschlägt. Hast du denn ein inneres Arbeitstier? Wenn ja, dann weißt du, wovon ich spreche. Ich stelle mir mein inneres Arbeitstier wie so ein Eichhörnchen vor, das ganz fleißig ganz viele Walnüsse einsammelt und dabei gern mal die eigenen physischen und mentalen Grenzen überschreitet. Eigentlich ganz niedlich und definitiv ab und an auch wirklich hilfreich, aber dauerhaft und langfristig nicht gesund und auch nicht wirklich lustig. In Auftragssituationen springt mein inneres Eichhörnchen gern mal an und das sorgt dafür, dass sehr viel mehr Zeit für die Aufträge draufgeht, als mir lieb ist. Aber dafür, für Herzensprojekte und Freude und für Entspannung zu wenig Zeit da ist. Also nicht die beste Lösung. Ich habe dann also mal geschaut, was mein Kopf noch so vorschlägt. Und der zweite Lösungsvorschlag für mein Zeitproblem war, dass ich vielleicht einfach ein Replay veröffentliche, also diese Woche keine neue Podcast-Folge mache und sozusagen eine Woche ausfalle. Hier gibt es also einen Gegenspieler zum Eichhörnchen, mein inneres Vermeidungstier. In meiner Vorstellung ist das Vermeidungstier sozusagen unsichtbar. Ich weiß nicht, ob es ein Eichhörnchen ist oder ein Faultier oder vielleicht auch ein Bär, denn es versteckt sich eigentlich immer hinterm Baum oder im Gebüsch und spricht sozusagen aus dem Off. Und das, was es am liebsten ruft, ist, das geht nicht. Zugegeben, für Dich klingt es bestimmt im ersten Moment gar nicht schlimm und irgendwie auch irgendwie naheliegend, den Podcast einfach mal ausfallen zu lassen. Geht ja die Welt nicht von unter. Aber ich persönlich mag die Idee gar nicht, weil Kontinuität ist mir wichtig. Ich habe mir ja selbst versprochen, jede Woche eine Podcast-Folge zu veröffentlichen und ich weiß gleichzeitig auch, wie wichtig es ist, zumindest für mich, hier super konsequent zu sein. Zu viele kleine Ausnahmen sind der Anfang vom Ende. Und das gilt zumindest für mich, für Podcasts, genauso wie auch für die Auftragserquise, wie für die Realisierung von Herzensprojekten, für das morgendliche Yoga und eigentlich für alles im Leben. Und diese Vermeidungs- und Verschiebetaktik kenne ich auch aus meinem Berufsleben. Bei Zeitproblemen taucht gern mal das Vermeidungstier in mir auf und das sagt dann erst einmal, geht nicht, muss verschoben werden, die Deadline muss nach hinten verschoben werden oder das Meeting oder die Präsentation oder wir lassen es lieber gleich ganz weg. Hauptsache, ich habe mehr Zeit für den Auftrag. Hier mal ein ganz aktuelles Beispiel. Vor kurzem habe ich mich zum Beispiel in einer Auftragssituation wiedergefunden, in der zeitlich alles knapp auf Kante genäht war, ungeplant. Plötzlich, also nicht geplant, sondern für alle ganz überraschend, hat sich etwas verschoben und dadurch hätte alles am besten schon gestern fertig sein müssen. Ich bin mir ganz sicher, dass du das auch kennst. Das ist ja so der Klassiker in Auftragssituationen. Das hat dann alles dazu geführt, dass ich viel weniger Zeit hatte für die Aufgabe, als ich gern gehabt hätte und als eingeplant war. Und auch hier ist mein Vermeidungstier auf die Bühne getreten und hat mir aus dem Gebüsch ins Ohr geflüstert, dass alles nichts hilft und dass wir unbedingt die Präsentation verschieben müssen, weil einfach noch nicht genug Zeit war und der aktuelle Arbeitsstand nicht reicht und noch nicht gut genug ist, um ihn zu präsentieren. Glücklicherweise hatte ich in diesem Moment einen Menschen in meinem Leben, der zu mir gesagt hat, mach doch einfach mal weniger und schau, was passiert. Das habe ich dann zugegebenermaßen mit relativ viel Widerstand gemacht und erstaunlicherweise hat sich dann in der Präsentation herausgestellt, dass der Arbeitsstand, den ich in etwa einem Fünfte der üblichen Zeit zurechtgezimmert hatte, vollkommen ausreichend war. Alle waren happy und für den Prozess war es irgendwie sogar ganz gut, dass noch nicht alles in Stein gemeißelt war. Vielleicht denkst du ja jetzt, hey Franziska, gibt es nicht auch Situationen, in denen es einfach total normal und angemessen ist, Dinge zu verschieben und auch mal abzusagen? Ja klar, die gibt's. Es gibt ganz sicher Situationen, in denen es total angemessen ist, Deadlines und Meetings und Abgaben zu verschieben, einfach weil andere Dinge wichtiger sind. Im Design- und Illustrationsbereich geht ja üblicherweise nicht die Welt unter, wenn mal eine Deadline nach hinten verschoben wird. Diese Situation meine ich hier allerdings nicht. Mir geht es heute wirklich um die Arbeitstier- und Vermeidungstier-Stimmen in meinem Kopf und vielleicht auch in deinem Kopf. Denn die beiden springen ja nicht an, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Die beiden treten dann auf die Bühne, um mich vor dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, zu beschützen. Denn sowohl das Arbeitstier als auch das Vermeidungstier sind einfach nur verschiedene Ausprägungen von Perfektionismus. Und durch die Brille des Arbeitstiers und des Vermeidungstiers betrachtet, sieht die Welt ziemlich schwarz-weiß aus. Perfektionismus kennt üblicherweise nur extreme Lösungen. Entweder muss ich 200% geben und mich total verausgaben oder ich vermeide die Situation ganz. Es hat mir letzte Woche geholfen, dass mich jemand daran erinnert hat, dass es auch noch Grau-Werte gibt zwischen diesen beiden Extremen und dass ich noch andere Handlungsoptionen habe und zum Beispiel auch einfach weniger Zeit aufwenden kann. Es hat mir geholfen, daran erinnert zu werden, dass diese Zeit vielleicht auch reicht, um gute Arbeit zu machen. Denn die Qualität von Ergebnissen steigt ja nicht linear mit der aufgewendeten Zeit an. In meinem Auftrag zum Beispiel war es ja so, dass ich durch diese zeitliche Limitation zwar nur ein Fünftel an Zeit aufgewendet habe als üblich, aber auch viel weniger gegrübelt und gezweifelt habe, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte. Ich bin einfach schneller auf den Punkt gekommen, ohne meine üblichen Perfektionismus-Kapriolen zu drehen. Und heute möchte ich diese Person für dich sein, die dich daran erinnert, dass vielleicht weniger Zeit auch reicht. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich, wo kannst du dir denn erlauben, einfach mal weniger zu machen und schneller auf den Punkt zu kommen? Wo kannst du nur die Hälfte an Zeit verwenden und trotzdem ein gutes Ergebnis erreichen? Und was gewinnst du dadurch? Mit was möchtest du die damit gewonnene Zeit füllen? Ich zum Beispiel habe mein Pfingstwochenende deshalb anstatt mit Podcast-Stress mit Sauna, mit im See schwimmen und auf meinem Balkon verbracht. Und du? Genau, hier eine kurze Randnotiz in eigener Sache. Wenn du jetzt denkst, ja, ich wünsche mir mehr Zeit und mehr Fokus, denn ich habe doch so viel vor, dann lade ich dich hiermit schon einmal ganz herzlich in die Portfolio Akademie ein. Das ist ja mein zwölfwächtiges Online-Programm für IllustratorInnen und DesignerInnen und darin positionierst du dich nachhaltig, sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch. Und damit bekommst du die Werkzeuge an die Hand, mit denen du dir über eine fokussierte Akquise-Strategie wirtschaftliche und zeitliche Freiheit schaffst, damit du die großen Dinge, die dir wichtig sind, auch in die Welt bringst. Du sorgst also dafür, dass diese nicht im alltäglichen Wahnsinn des Berufsalltags verloren gehen. Die nächste Portfolio Akademie beginnt am 2. Oktober 2023 und du kannst dich heute schon ganz unverbindlich auf die Warteliste eintragen unter www.diegutemappe.de slash P-A. P wie Portfolio und A wie Akademie. Wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du ein ganz besonderes Wartelistenangebot zum nächsten Start der P-A. Das bekommen nur die Menschen, die auf der Warteliste stehen und das bedeutet, es lohnt sich. Genau. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche mit mehr Zeit und weniger Zahnarzt. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu bearbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiter empfiehlst, dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke dir jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.